Word hat einen genialen Überarbeitungsmodus, nur scheuen sich viele, diesen auch zu gebrauchen. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Mein Name ist Piermin Lenherr. Ich habe diese Datei zugemailt erhalten und ich sehe, Cornelia hat hier bereits Korrekturen vorgenommen. Alles, was sie gelöscht hat, steht hier rechts in Sprechblasen und alles, was sie hinzugefügt hat, erscheint hier einfach farbig im Text. Also da hat sie etwas hinzugefügt und hier unten hat sie noch ein Wort hinzugefügt. Sie hat auch Kommentare eingefügt. Hier, das ist ein Kommentar. Man sieht das hier an diesem blauen LC, das heisst Lenherr Cornelia. Das heisst, wenn mehrere Personen dieses Dokument bereits überarbeitet haben, dann erscheinen die Kürzel hier auf der rechten Seite. Wenn ich nun eine Korrektur mache, ich lösche nun etwas und ich füge etwas hinein. Ich lösche hier einen ganzen Satz. Tim hat blonde Haare und das hier ist für mich überflüssig. Also ich markiere das, drücke die Delete-Taste und jetzt ist der Satz hier entfernt aus dem Fliesstext. Und hier rechts steht, in einer anderen Farbe, ich hätte das hier gelöscht. Ich fahre weiter mit der Korrektur. Tim, und jetzt füge ich etwas ein, ist in einem Sportverein. Komma, mag Spass. Dann braucht es dieses Tim hier nicht mehr. Ich lösche das wieder. Hat Freunde. Tim ist ein ganz normaler Junge, nur eben und so weiter. Also, perfekt. Alles, was ich jetzt nun eingefügt habe, ist hier rot im Fliesstext. Also nicht eine Sprechblase, denn das muss ja neu im Fliesstext erscheinen. Aber alles, was ich gelöscht habe, ist nun hier rechts in der Sprechblase. Ich füge noch einen Kommentar hinzu. Ich gehe hier bei Überprüfen zur Gruppe Kommentare, Neuer Kommentar. Und man sieht sofort, dort, wo vorhin der Cursor war, wird etwas markiert. Und hier rechts ist das Kommentarfeld bereits vorhanden. Ich mache mit Ctrl-Z das nochmals zurück. Denn ich will den Kommentar nicht hier oben, sondern vielleicht da. Also dort, wo der Cursor blinkt, wird der Kommentar eingefügt. Neuer Kommentar. Und jetzt hat Word einfach das letzte Wort ausgewählt. Und ich schreibe hier, eventuell, die Schule noch erwähnen. Ich füge nun noch ein paar Formatänderungen ein. Zum Beispiel dieses Wort hier, das hätte ich gerne fett. Es wird sofort eine Formatsprechblase erstellt. Oder ich will ein Wortkursiv machen. Schon wieder eine Sprechblase. Oder ich ändere die Farbe der Schrift. Oder ich setze eine Markierung auf ein Wort. Immer erscheint hier eine zusätzliche Sprechblase. Und irgendwann wird das wirklich unübersichtlich. Denn irgendjemand steht ja am Schluss in der Korrekturschlaufe und muss all diese Überarbeitungen hier überprüfen. Wenn hier jemand das Wort Team gelöscht hat, ich fliege mal hier drüber, dann kann ich mit einem Rechtsklick darauf gehen und hier sagen, dieses Löschen nicht übernehmen. Oder hier unten das Fett. Rechtsklick darauf, Formatänderungen nicht übernehmen. Dann mache ich also am Schluss einfach jene Änderungen wieder rückgängig, die ich nicht will. Aber mich interessieren ja vor allem die Korrekturen und nicht Formatänderungen. Machen Sie folgendes. Gehen Sie hier oben zum Markup anzeigen und entfernen Sie den Haken bei Format und entfernen Sie auch einmal die Kommentare. Die sind nicht gelöscht, sie sind nur ausgeblendet. Und jetzt ist es doch schon viel angenehmer. Ich kann nun einzelne Korrekturen besser sehen. Wenn ich hier auf die erste Korrektur gehe von Cornelia, sie hat sandblondes Haar mit blonde Haare ersetzt. Das ist okay. Also ich gehe nun den ganzen Text durch und wenn dann alles okay ist, dann habe ich wirklich die nächste Sorge, wie werde ich das ganze Zeug wieder los. Ich muss da noch zwei, drei Sachen nochmals zeigen. Ich gehe nochmals zurück. Als erstes müssen Sie überhaupt unter Überprüfen die Änderungen nach Verfolgen einschalten. Das erscheint nun hier grau und sobald ich jetzt hier ein Wort hineinfüge, wird es anders farbig im Fließtext und wenn ich etwas lösche, ich lösche das Wort Anhieb, dann erscheint es hier rechts. Bei Ihnen sind unter Umständen diese Sprechblasen noch gar nicht sichtbar, denn früher hat Microsoft das völlig anders dargestellt. Ich zeige mal wie. Früher wurde der gelöschte Text einfach im Fließtext durchgestrichen und der neu hinzugefügte war farbig. Das ist irgendwie unschön beim Bearbeiten. Man könnte auch, wenn man diese alte Ansicht hat, hier links auf diesen Korrekturstrich klicken. Dann sehe ich wieder den Text, wie er normal aussehen würde danach und hier sehe ich, da gäbe es noch Kommentare. Wie kann ich diese Sprechblasen einschalten? Gehen Sie hier oben zu Markup anzeigen, zu den Sprechblasen und setzen Sie den Haken bei Überarbeitung in Sprechblasen anzeigen. Sofort sollten die Sprechblasen ersichtlich sein. Wenn nicht, klicken Sie hier auf diesen Korrekturstrich und jetzt sehe ich alle Sprechblasen. Ein Tipp für Sie. Wenn Sie solche Korrekturen machen und die Änderungen nachverfolgen, dann nehmen Sie hier beim Markup anzeigen den Haken beim Format raus. Die Kommentare, die würde ich noch drin lassen. Dann sieht man die hier rechts immer. Ich finde das noch praktisch. Jetzt sind sämtliche Überarbeitungen nun erledigt. Ich schaue mal den Text wieder an, ohne all diese Blasen. Ich klicke hier links auf diesen Korrekturstreifen. Wenn ich jetzt am Schluss hier bei einfaches Markup draufgehe und sage Markup keine, dann sieht man wirklich nichts mehr. Aber die Markups sind natürlich immer noch vorhanden. Also ich könnte jetzt wieder auf einfache Markups gehen und alles wäre noch da. Das möchte ich ja eigentlich nicht. Denn am Schluss will ich ja, dass all diese Korrekturen und Kommentare nun bereinigt werden. Ich gehe hier bei Annehmen auf diesen Pfeil, gehe zuunterst auf alle Änderungen annehmen, nach Verfolgung beenden. Hm, dann bleiben aber die Kommentare hier noch liegen. Also auch die will ich ja noch löschen. Also hier bei den Kommentaren auf diesem kleinen Pfeil alle Kommentare im Dokument löschen. Und jetzt sind sämtliche Korrekturen wirklich nicht mehr vorhanden und niemand kann die wieder hervorzaubern. Angenommen, jemand kennt diesen Überarbeitungsmodus nicht, schickt mir das Dokument korrigiert zurück und hm, was wurde verändert? Es gibt auch dazu ein prima Werkzeug. Hier bei Überprüfen, hier bei Vergleichen, nochmals Vergleichen. Ich lade mein Originaldokument hier hinein. Ich öffne das. Und das Dokument, das ich eben wieder zugemailt erhielt, das offenbar korrigiert wurde, das lade ich hier hinein und sage nun OK. Und ich sehe, was da überhaupt verändert wurde. Das war's.